Herzlich Willkommen zu Gita Online. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie man in verschiedenen Farben die Camo-Jogger für den weiblichen Charakter bekommt. Ich zeige euch die ganz kurz, dass ihr schon seht, was für welche dabei sind. So, gut. Das wären alle gewesen und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Bevor wir starten, will ich euch nochmals darauf hinweisen, dass diesen Transferglitch ist. Also, sprich, ihr verliert all eure Outfits, außer das, was ihr gerade anhabt. Also, wenn ich das jetzt behalten möchte, dann lasse ich das an und dann kann ich das am Ende dann abspeichern. So, und als erstes gehen wir auf Online und in die Charakterauswahl. In der Charakterauswahl gehen wir jetzt nun auf den Zweitcharakter. Das, also, er muss männlich sein. Und der wird auch am Ende des Transfer gelöscht. Ihr könnt das Level übertragen. Hier könnt ihr noch das Geschlecht ändern. Und Bekleidung müsst ihr noch hier auswählen. Das einfarbige Schwarz, also Crew. Crew Outfit. Speichern und weiter. Ja, ja, ja. Wir heißen GGGG. Und dann sehen wir uns gleich im Kleidungsgeschäft. So, im Kleidungsgeschäft angekommen. Vergewissert ihr euch, dass ihr keine Accessoires trägt. Und dann zeige ich euch jetzt, welche Schuhe ihr drauf machen müsst. Und zwar unter Skateschuhe die ganz schwarzen Skateschuhe. Zieht diese an. Jetzt gehen wir zu Hosen. So. Unter Latzhosen. Grad Nummer 1. Anziehen. Speichern. Zack. Anziehen. Speichern. 10 Stück sind es. Also 10 müssen wir speichern. Ah, 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 ah. Also alle untereinander. Zurück. So, jetzt. Das ist relativ praktisch, dass die nicht irgendwie, dass man da rumsuchen muss. Also es ist wirklich, äh, jede Hose unter der anderen. So. Jetzt haben wir 7. 8. Gut. 9. Ja, dann sind es also, ja. Es sind 10, aber, ähm, weil 0 ist ja auch, äh, ein Abspeicherpunkt. So, also bis zu diesen, ab diesen hellbraunen da nichts mehr. Nur, äh, die ist die letzte. Gut. Wenn ihr das gemacht habt, können wir nochmal kurz durchgucken. Das 0, also die 1, oder? Die müsst ihr alle tragen. Gut. Und jetzt machen wir den Transferglitch. Dafür gehen wir auf Online und in den Editor. Im Editor gehen wir auf Rennen und drücken auf Einführung. Jetzt drücken wir auf, äh, Options, Online und gehen zurück in die Charakterauswahl. In der Charakterauswahl löschen wir nun jetzt den Zweitcharakter. Löschen. Löschen. So. Gut. Und jetzt spammen wir Kreis, bis wir wieder am Ladebildschirm sind. Kreis, 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 Kreis. Gut. Jetzt könnt ihr aufhören zu spammen. Und jetzt, äh, kommen wir in den Story-Modus. So, im Story-Modus angekommen, gehen wir jetzt auf Online, Guitar Online spielen, Sitzung nur für Spieler mit Einladung, wenn ihr eure Ruhe haben wollt. So. Und jetzt im Story-Modus angekommen, sehen wir auch gleich, ob es funktioniert hat. Ja, es hat funktioniert. Jetzt gehen wir aber zuerst unser Outfit noch kurz speichern, bevor wir es anschauen. Speichert das kurz ab. So. Und jetzt können wir, warte, gehen wir das an der Trese machen, so, ähm, gespeicherte Outfits. Hier sehen wir alle Joggers. Gut. Ähm, T-Shirt könnt ihr wechseln. Schuhe glaube ich nicht. Also ihr könnt da, haben wir da irgendwas, so, also ihr könnt da alles wechseln, wie ihr das gerne wollt. T-Shirt, Schuhe werde ich gerade testen, aber ich glaube nicht, dass das geht. Ähm, ja, dann wird es zu einer normalen Hose. Also, ähm, T-Shirt geht. Oberteile. Ihr könnt auch Helm und alles mögliche raufmachen. Also, da backt nix weg. Es ist wirklich nur die Schuhe. Dann sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wir werden uns im nächsten Video wiedersehen. Folgt mir doch gerne auf Instagram und abonniert biertrinker.lp auf YouTube. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin und tschüss.